Ja, einordnen können wir das mit Norbert Röttgen, den ich herzlich begrüße, hier im Studio Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Herr Röttgen, wie bewerten Sie diese Abschlusserklärung? Manche sagen, ein Papier, das Russland unterschreibt, das ist nichts wert. Der Kanzler verteidigt das Ergebnis als ein positives. Wie fällt denn Ihre Bewertung aus? Also nach meiner Einschätzung ist das Abschlussdokument nicht das wesentliche Ergebnis. Was das eigentlich das Wichtigste, wie ich finde, ist und war, der Versuch von Xi Jinping, dem chinesischen Staatspräsidenten, den Gipfel seines Nachbarn und Rivalen Modi, dem indischen Premierminister, zu boykottieren. Also er hat ihn boykottiert und er wollte es auch torpedieren, wollte ihn brüskieren. Und darum war auch Xi verantwortlich dafür, dass die Sprache des letzten G20-Gipfels, die klar war in der Verurteilung, nicht wiederholt wird. Das sollte zum Scheitern dieses Gipfels beitragen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass der Westen klug genug war, Kompromisse in dieser Sprache zu machen, um auch das Verhältnis zu Indien zu verbessern und klarer zu machen, wir stehen an deiner Seite, wir sind konstruktiv. Es ist Xi Jinping, der dich torpedieren will, auf uns kannst du dich verlassen. Und es sind Sachergebnisse dabei rausgekommen, das Weltfinanzsystem zu verbessern und andere Dinge. Die Afrikanische Union ist aufgenommen worden. Das heißt, es war nunmehr ein Gipfel des Westens mit Staaten des Südens und das ist eine gute Sache. Wenn Sie die Staaten des Südens ansprechen und die Afrikanische Union, die aufgenommen wird in die G20, da sagen viele Länder jetzt zum Beispiel in Bezug auf den Ukraine-Krieg, das ist ein europäischer Krieg. Das interessiert uns nicht wirklich sehr. Wie wird zukünftig ein Zusammenspiel, ein Zusammenarbeiten auch, bei solch unterschiedlicher Interessenlage, vielleicht auch Wertelage gelingen können? Man muss sich auch in die Lage von Indien und anderen Staaten hineinversetzen. Die sehen den geopolitischen Konflikt von China vor allen Dingen und den USA und dem Westen. Sie sehen diesen Krieg, den Russland ausübt. Und sie sagen, wir haben unsere eigenen Probleme. Und sie wollen sozusagen eine Weltordnung à la carte. Sie wollen mit allen Geschäfte machen, mit allen Beziehungen haben. Wie eben angedeutet oder ausgeführt, Indien und China sind in einer echten Rivalität. Es hat auch Krieg im Himalaya um territoriale Konflikte gegeben. China hat jetzt eine neue Karte gezeichnet. Da sind indische Gebiete, übrigens auch russische Gebiete und andere Gebiete dabei. Und darum sagt Indien, in dieser Rivalität mit China kann ich mir jetzt nicht auch noch eine Rivalität mit meinem größten Waffenlieferanten Russland leisten. Und im Übrigen mache ich das Beste daraus und beziehe so billig und so viel Öl von Russland, weil es in der Klemme sitzt wie nie zuvor. Das heißt, die haben ihre Interessen, sie verfolgen ihre Interessen. Und sie sagen, ihr im Westen, ihr habt euch für unsere Konflikte und unsere Kriege wenig interessiert. Wer von euch hat denn zu diesem Himalaya-Konflikt auch nur einen Ton gesagt? Und jetzt sollen wir unsere Interessen über Bord werfen, nur weil ihr mal betroffen seid. Das heißt, wir müssen uns ganz neu engagieren mit diesen Staaten. Ja, Sie haben die offizielle Landkarte, die China vor kurzem veröffentlicht hat, angesprochen. Darin, wie Sie sagten, eben Teile des russischen Territoriums, Taiwan auch, aber auch Teile Indiens. Wie muss man auf so etwas reagieren? Denn das könnten ja laut Karte zukünftige Konfliktherde sein. Man muss es vor allen Dingen mal ernst nehmen. Man sollte Diktatoren in ihren Ansprüchen, die sie so klar ausführen, ernst nehmen. Das gesamte südchinesische Meer, einer der größten internationalen Handelsrouten, soll chinesisch werden. Und darum müssen wir uns dagegen aufstellen. Und eigentlich eine der glücksten Konsequenzen wird jetzt heute gezogen zwischen dem amerikanischen Präsidenten und Vietnam. Also USA, Vietnam, Vietnamkrieg, eine schreckliche Geschichte. Aber China bringt selbst diese ehemaligen Kriegsgegner wieder zusammen, weil Vietnam, einer der Staaten in dieser Region, sich genauso von dem chinesischen Dominanzanspruch bedroht fühlt, mehr bedroht fühlt, als von dem Kriegsgegner der Vergangenheit. Das zeigt, die Welt sortiert sich neu und wir müssen ein aktiver Part sein. Und Joe Biden ist das an dieser Stelle zum Beispiel. Die Welt sortiert sich neu. Ein aktiver Part müssen wir sein. Spiegelt sich vielleicht wieder in einem Strukturprogramm, was auch in Indien beschlossen wurde, dass Güter aus Indien schneller sozusagen nach Europa bringen soll. Sozusagen ein Konkurrenzprojekt zur Seidenstraße. Wie ordnen Sie das ein? Welche Bedeutung wird dieses Projekt haben? Es ist eben interessant. Es ist ganz eindeutig, dass der Westen lange geschlafen hat. China hat das Seidenstraßenprojekt entwickelt, um gezielt wirtschaftliche, infrastrukturelle Abhängigkeiten von Staaten zu begründen, Schuldenabhängigkeiten, um es dann politisch auszunutzen. Der Westen ist jetzt etwas wach geworden und das ist eine Konsequenz daraus. USA, EU, Indien, Saudi-Arabien, die Emirate machen ein solches großes Infrastrukturprojekt, auch grüne Energien, Wasserstoffproduktion. Es ist noch eine Absichtserklärung, aber es drückt aus der Westen. EU und USA wollen das Feld nicht länger allein China überlassen, sondern wir wollen bessere Angebote machen. Und das auf einem Gipfel eben, den Xi Jinping ausgelassen hat, um Modi zu brüskieren. Und nun bekommt er das serviert. Das ist eigentlich alles ganz positiv. Ganz positiv, sagen Sie. Dann schauen wir noch auf den Besuch von Außenministerin Baerbock in Kiew heute Morgen. Wir haben gehört, Thema bislang ist erstmal die Unterstützung der Ukraine auf dem Weg zum Beitritt in die EU. Erwarten Sie, dass Frau Baerbock sich auch zum Beispiel zu der Lieferung von Taurus Marschflugkörpern positionieren wird bei Ihrem Besuch jetzt hier? Ich erwarte es von ihr schon seit Langem. Nach meiner Einschätzung hat sie nach einem guten Engagement für mehr militärische Unterstützung, auch in der Frage Leopard 2, auf einmal ist sie still geworden. Seit gut einem Jahr hört man von ihr doch nichts mehr. Woran liegt das? Sie ist nicht mehr konfliktbereit offensichtlich. Auch in anderen Bereichen hat sie ein Profil verloren. Und in dieser Taurus-Debatte, das ist ja eine Frage, eine zentrale Frage der militärischen Unterstützung. Die Ukraine braucht diese Waffen. Es gibt kein Argument dagegen. Der Kanzler zögert. Nein, er zögert nicht. Er verhindert es. Und von der Außenministerin hört man nichts. Und meine Erwartung ist, dass man auch wieder nichts von ihr hört. Wenn ich da falsch liegen sollte, würde ich mich sehr freuen. Sie ist sehr still geworden, sehr symbolisch. Fotos und Reisetermine, aber Initiativen, strategische Perspektiven, Aktion, Initiative, sehr wenig. Wir werden sehen, was sich heute im Laufe des Vormittags noch tut. Herr Röttgen, ich danke Ihnen, dass Sie hier waren zum Gespräch in Schule. Danke. Danke.